In diesem Video geht es um die besten Dampfsauger. Der Qualitätssieger in unserem Dampfsaugertest geht an den Kärcher SV7. Dampfen, saugen und trocknen in einem Arbeitsgang der Dampfsauger SV7 verbindet Multifunktionalität und höchsten Komfort in einem Gerät. Er saugt zum Beispiel Krümel vom Boden, wischt feucht und trocknet den Boden abschließend sogar. Und das alles bequem in einem einzigen Arbeitsgang. Mit diesen überzeugenden Allround-Geräten und dem passenden Zubehör hat garantiert jeder seinen Haushalt sauber im Griff. Wasser, Grobschmutz, Schaumstoff und HEPA-Filter entfernen auch kleinste Partikel. Das Multifunktionsgerät mit umfangreichem Zubehör eignet sich für den chemiefreien Einsatz im ganzen Haus. Einfacher und schneller Wechsel der drei unterschiedlichen Einsätze für alle Hart- und Teppichböden. Die Saugleistung lässt sich über den Handgriff steuern und individuell an die jeweilige Oberfläche und den Verschmutzungsgrad anpassen. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die Polti FAV30. Der Wasserfilter ist die beste Methode feinen Staub, Pollen und andere allergieauslösende Partikel im Wasser sicher zu binden und eine saubere und gesunde Abluft zu garantieren. Der Dampf von Polti Vaporetto Lekospeire tötet und beseitigt 99,99% der Viren, Keime und Bakterien. Krümel aufzusaugen ist ein Kinderspiel, aber wenn man eine Flüssigkeit umstößt ist die Reinigung wesentlich aufwendiger. Mit dem Dampfsauger Vaporetto Lekosapira erledigen Sie diese Arbeit hingegen ganz einfach. Mit dem Dampfsauger Polti Vaporetto Lekospeire können Sie auch gründlichst Ihr Sofa und Kissen reinigen. Es wird aufgefrischt und erscheint in neuem Licht. Die Kraft des Heißdampfes löst den Schmutz und das Fett, das sich besonders in der Küche absetzt. Wird dieser Schmutz mit Dampf gereinigt, sind die Oberflächen nicht nur sauber, sondern auch hygienisch rein. Die Kombination des Saugens mit Wasserfilter, der Teppiche und Hartböden gründlich reinigt, mit der hygienisch reinigenden Kraft des Heißdampfes garantiert ein unvergleichliches Reinigungsergebnis für Ihre Böden. Dank der enormen Saugkraft des Polti Vaporetto Lekospeire eignet er sich besonders auch für Haustierliebhaber, denn die Tierhaare werden effizient aufgesaugt und durch die Wasserfiltrierung im Schmutz-Auffangebehälter gebunden. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Dampfsaugertest ist der Bissl 1977 N, reinigt und desinfiziert, da der erhitzte Dampf durch Schmutz und Bakterien dringt und Fußböden sauber hinterlässt. Dadurch werden 99,9% aller Keime und Bakterien im ganzen Haus eliminiert. Zwei Staubsaugerfilter gefaltet und aus Schaumstoff, beide gut waschbar fangen Feinstaub und Schmutz ein, damit die Abluft, die wieder in den Raum gelangt, möglichst sauber ist. Die Filter sind abwaschbar und die Reinigungspads können in der Waschmaschine gewaschen und wiederverwendet werden. Die Trockentank-Technologie sorgt dafür, dass Schmutz jederzeit vollständig trocken im Schmutztank und fern vom Dampf bleibt und die einfache Entleerungsfunktion gestaltet die Reinigung nach dem Gebrauch einfach und komfortabel. Die Dampf-nach-Bedarf-Funktion sorgt dafür, dass Sie jederzeit die gewünschte Menge an Dampf zur Verfügung haben und so für konzentrierte Reinigungsleistung wann immer Sie diese benötigen. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen. Bis zum nächsten Mal.